Hallo und herzlich willkommen zur 46. Episode von Pathfinder Kingmaker. Ich bin's euer Knubson und ja, wir haben wieder einiges zu tun. Entschuldigung, so. Ich glaube, wir können uns weiterhin, außer es gibt was Neues zu tun für so, ähm, ich wollte schon sagen, für das Königreich, das stimmt ja nicht. Ja, es steht aber da, Angelegenheiten des Königreichs, naja, Königreich finde ich jetzt nicht wenig, weil ich bin ja kein König. Aber bitte, gibt's was Neues? Naja, konnte ich leider nicht machen. Erreiche Ernte. Uh, da könnte ich hineinsetzen. Das machen wir doch gleich. 16% ist halt nicht gerade super. Gut, dann begeben wir uns. Wieder Verkundung. Mit der üblichen Gruppe. Moment mal, wir wollten ja da oben erforschen. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt gemacht habe, CS-Sumpf und so weiter. Da komme ich, glaube ich, nicht hin, Hechtlauf, aber... Ich bin mir jetzt nicht sicher, und das... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da schon war. Aber wir werden da jetzt mal die ganze Gegend erkunden. Ich bin schon gespannt, dass er mich jetzt wieder überrascht. Junge Zauberkatze, die war ja schon einmal... Ich bin schon immer... Ich bin schon immer... We can do it! Ich bin schon immer... Begegnet. Wir können aber nichts mit dir rüden. Ich glaube, dass wir da schon mal noch eine Hülle rauf auf jeden Fall und dann da alles erforschen. Aber schauen wir mal kurz, ich bin mir jetzt nicht sicher. Boah, ja da war ich schon. Und da rüber kommt man glaube ich nicht, oder? Boah, was für ein Sauwetter. Ich habe euch gemacht. Ja. Ja passt und dann rastet mir auch gleich. Let's finish them quick! Strike with all your might! Alpha Wolf! Wow, das ist ja richtig fett! Ich bin ja nicht. Letzteput! Ich bin ja nicht. Und wir werden... ...at... ...last. Ich bin... ...at... Sehr krass. Sehr krass. Ich bin groß. Ich bin groß. Wollt er mich nicht zurück. Ich kann nicht erheben. Auf Wiedersehen. Ich bin groß. Ich bin groß. Quat sieığım ist. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Die Füße von meiner Familie! Puh, ich hoffe es erwischt ihn nicht. Sollte sicherheitshalber ihn heilen. Okay, wir haben es geschafft! Was für ein krasser Überfall! Irgendwer ist sogar vergiftet. Loll, war das ein Gift und so? Wat? Okay, kann ich nochmal laden. Was war das jetzt? Was war das? Was war das? Das war's für heute. Gut gemacht. So, dann sprechen wir gleich mal. Die aktuelle Episode hat er gleich mal stürmisch begonnen. Was, Linz ist belastet? Will ein bisschen Stärke vertragen, die Gute. Was, Linz ist belastet? Oh, das ist so ungemütlich. Alle waren wir schon. Okay, hätten wir das auch. Brainer Kalkopf. Ich hoffe, ihr hört nicht im Hintergrund meine Waschmaschine. Die hat gerade die letzte Minute und da gibt sie nochmals richtig Gas, dass es so laut ist. Ja. 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 Du kannst nicht back in der Post. Ich brauche inspirieren. Oh. The end rolls near. Patricio Turino. Anything is possible. Yes. 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 Malle Langbögen. Goldpulver. Da nehmen wir mal alles mit. Okay. 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 Wursche kann nicht viel, aber älter als 16 gewesen sein. Sein blutfischiertes Gesicht. Ist eine Fratze des Schreckens. Ei, ei, ei. Ist irgendwas größeres hier. Okay. 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 Glückwunsch. Wir haben gerade neue Befehle erhalten. Okay. 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 Wursch. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Gehen wir mal weiter. Hm. Schön alle Straßen erkunden. Zerstört der Wachtturm waren wir hier schon? Können wir auch gleich passen. Ja, okay, das war das. Ja, wir nutzen uns gleich als Rastmöglichkeit. Ja, okay, das war's. Harim, do you really prefer to feel insignificant? Like your whole life is useless? Do I like it, hm? Does that matter? All that matters is that this is the truth, little storyteller. I came to learn the truth. I humbly accepted it. And now I share it with others. Yet you keep consoling yourself with shallow tales of hope. Indeed. Amen. 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 Und alles schön Schritt für Schritt befrischen. Was ist denn die Zauberkatz? Was ist denn die Zauberkatz? Wer ist denn diese Zauberkatz? ein richtiger cold, komm an, das gucke Das ist gut. Ich muss mich aufhören, um zu spüren, um zu spüren, um zu spüren, um zu spüren, um zu spüren. Okay, da drüben kann ich aber leider noch nicht. Okay. Das nehme ich gerne. Diese gehört außerhalb deines Einflussprojekts. Nicht auf deinem Land und kann nicht beansprucht werden, okay? Mächtiger Schreckensbär, okay. Du magst Feuerball, du magst Feuerball, du magst Feuerball, du magst das, du magst das. Oh, wow, wie viele Bären da kommen. Du magst gleich noch ein Feuerball. Wo bist denn du? Fuck, unglaublich, was die Überfälle sind. Wie viele Bären überfallen mich. Crazy. Das ist gut, dass du jetzt diese Schreckenskatze hier fährst. Ich mach immer diese Schreckens hier zur jungen Sauerkatze fährst. Boah. Boah. Hier mit dem Bärenfell. Unglaublich. Krasse Überfälle, muss ich sagen. Aber ich habe keine Fahrräumspunkte. Ich habe nie gesehen. Ich habe nie gesehen. Ich habe nie gesehen, dass ich zu den Stollen Land gekommen bin. Nein, nicht so. Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gewandert. Aber jetzt ist es zu lange, um zu leaveen. Ich habe nicht zuhören. Und jetzt? Grüne Gemälechen. Die Nymphen, die ein grünes Gemälechen treffen. Ah, hier sind die also. Versprechen wir mal Sicherheit selber. So, das hier schon aufgedeckt ist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Burg. Okay. Ich will vorher schauen, ob es nicht irgendwas cooles verstecktes heraußen gibt. Okay, da können wir runter springen. Okay, da können wir runter springen. Okay, das ist hier. Hier. Dann können wir noch da drüben noch ein bisschen erforschen. Da liegt ein Gleiche. Okay. Bewegungsfreiheit. Überdraht das... Okay. Ein Stück Himmelsmetall. Das kommt auf jeden Fall in die Goodie Liste. Okay. 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 First of all. Okay. 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 Und jetzt... Unbedeckte alte Lederfitzen. Na gut. Dann würde ich aber auch sagen, das ist eine perfekte Möglichkeit zu speichern und die Episode abzuschließen, bevor wir uns der Nymphe widmen. Ob sie gut gesinnt ist, werden wir sehen in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Pathfinder Kingmaker. Ich bin Sauer Knubsson, macht es gut und bye bye.